die Union damit herzlich willkommen zu der ersten Folge die die Lebensdreihe die Sieg um rechts kommt aus dem Leistung also ich nehme es gut ist schon auf mich wird es aber hochladen folgen hochladen die erste Kiel aber leider nicht mehr so mit dem Kiel ich muss kurz ein bisschen lauter machen sonst höre ich nämlich überhaupt nicht das ist perfekt okay ich komme jetzt von hier okay okay er hat mich da bemerkt 4 zu 2 naja er wird immer ein Spiel ist eine Folge so wird es nur verlaufen da kommt jetzt auch keiner von hier einer kommt nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich gesehen ich bin ich nicht mehr ja das war okay das war 100 pro mein fehler aber trotzdem das ist so viele jetzt das ist das hätte ich auch nicht gelaufen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin die Ich hab kein Problem, wo der jetzt ist. Null. Fuck, Mann. Wie ich das hasse, wenn man die erste Runde hier spielt und es einfach mega verkackt. Aber das ist immer so, denn dann müssen wir noch nicht eingespielt und alles. Weil man es ist. Da ist einer. Kommt's von hier. So sieht's aus, den haben wir. Da oben kommt auch noch einer. Ne, der ist schon tot. Wie der mich noch bekommt, obwohl ich hier nicht Schokolade umgesetzt habe. Schock assist, das nützt mir jetzt auch nicht viel. Warte mal kurz hier. Vielleicht kommt da ja einer. Ich hoffe es. Ah, es wär so schön, wenn man die zwei bekommen. Wenn man nicht mehr negativ. Der holt den hundertbruch. Ob ich jetzt halt nicht hier zu kommen. Da kommt keiner, da kommt keiner. Und hier. Oh. Den haben wir. So. Schnell, 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 schnell. Hier gucken, ob hier einer kommt. Komm, bitte kommt da einer. Hier rein, hier rein, hier rein. Wir sind schon mal nicht mehr negativ. Aufhicht auf, eine gewisse Drohne. Nice. Ah, schade. 11-10 sind wir vorne. Verbündete Drohne nähert sich. Ja, deine Strukturen? Ich hatte genau das gleiche vor wie ich, aber ich gewinne das 2-Kampf-Duell. Also beziehungsweise das ist 1 gegen 1. Zack, nächstes ist auch down. Von da kommt jetzt einer. Haben wir auch. Von da kommt jetzt noch einer, der denke ich mir mal. Was ist das hier? Ah ne, der ist da reingelaufen. Mal gucken, ob der jetzt kommt. Ah ja, da ist er. Bin ich so hängen geblieben, kann man nichts machen. 93 zu 87. Aber wenigstens haben wir die noch bekommen. Und dann haben wir auch gewonnen. 15 zu 13, wir sind dritter geworden. Das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Haut rein und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.